Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, einem weiteren Video zu unserer G55 AMG Klasse. Was machen wir jetzt? Im letzten Video habe ich gesagt, Motor-Kontrollleuchte ist an. Jetzt ging noch Bremsen-Kontrollleuchte an. Also alles, was angehen kann, ist angegangen. Was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt erstmal zum Reifenhändler und holen uns fette Räder. Das ist viel wichtiger. Also auf ins Auto, direkt zu Räder holen. Hast du den sacken Türklang gehört? Ja. Ich bin mittlerweile voll der G-Klasse-Fahrer. Okay. Keine Ahnung, warum ich das Ding so abhole. Ich weiß es nicht. Jean-Pierre war gerade hier und hat auch gesagt, ey geil, die 55er. Aus dem Stehen einer der krassesten Autos. Die kann ich damit immer noch nicht abholen, ne? Ne, so richtig begeistern tut mich das nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich fahre über den 190er drüber. Ja sicher, mit Allrad. Wann waren deine letzten G-Klasse-Erfahrungen? Oh, das ist schon ein bisschen her. Ja, eigentlich unsere Probefahrt im Brau. Genau, mit unserem G-800 von Jean-Pierre. Genau. Den habe ich natürlich jetzt auch als Maßstab quasi genommen gehabt und habe schnell gemerkt, dass das natürlich eine ganz andere Liga ist. Ich will es sehr oft wiederholen. Es ist einfach überflüssig. Dieses Auto ist dumm, überflüssig. Oh, völlig geil. Der wird mir auf jeden Fall so das letzte Hemd ausziehen mit dem Spritzverbrauch. Ja, da kann ich am dritten wieder beibeißen, aber zweimal, ne? Also ich sag's dir jetzt, ich bin mit dem Auto noch nicht schneller als 80 gefahren. Also ich kann dir noch gar nichts dazu sagen, wie das über hohem Tempo fährt und Windgeräusche. Das ist ja das, was wir jetzt erstmal gemeinsam machen. Ja. Wir haben übrigens Motorkontrollleuchte wieder gelöscht gerade eben. Wir sind ja im neuen Video. Also nachdem wir das alte Video beendet haben, da haben wir gesagt, wir haben ja nochmal nach Fehlerdiagnose geguckt und wir sind uns ziemlich sicher, nach Rücksprache auch mit Raphael, dass hier die Steuerkette defekt ist, weil da steht Abgleich Kurbelwellen-Nockenwellensignal. Wir haben aber noch keine Sensoren neu geholt, weil das Geld spare ich mir, weil ich bin ziemlich sicher, wenn das die Kette ist. Wir haben ja auch, müssen wir wahrscheinlich aus dem Video von Enrico entnehmen. Der ist aber voll. Ja. Der ist leer. Der ist voll. Leer. Vor die leerigen Katalysatoren gehauen und haben da bemerkt, dass da nichts drin ist. Dass wir die Katz mal mit Sportkatz probieren. Ich will den auf jeden Fall leise haben. Mhm. Also mir persönlich ist das ein bisschen zu laut. Ich hole das 0-0-0 ab, ne? Nö, wirklich nicht. Also von außen ja, weil es von außen ein zeitloses Auto ist, finde ich. Aber hier drin ist er nicht so gut gealtert, meiner Meinung nach. Weil das zu modern ist oder was meinst du jetzt? Ich finde den Tacho nicht schön, ich finde die Knöpfe nicht schön, das sieht alles, weiß ich nicht. Aber wenn du jetzt mal die alte G-Klasse anguckst, also wirklich eine alte G-Klasse aus der Mitte der 80er, findest du das schöner? Guck dir das jetzt mal ab? Nein, aber die neue ist deutlich schöner. Ja, aber woher nehmen wir nicht stehlen? Ja, da hast du natürlich recht. Warum ich dieses Auto überhaupt habe, habt ihr ja wahrscheinlich aus Enricos Video entnommen. Ich zum Beispiel, ich würde nie nach so einem Auto suchen. Nie. Der Enrico hat es gehabt und hat es mir förmlich aufs Auge gedrückt. So wie ich ihm den El Camino aufs Auge drücke. Ich wollte ihm den aufs Auge. Er hat sich gedacht, hier, Motorlampe an, viele Fehler, alles verschlissen, den drücke ich dem Marco aufs Auge. Hat er gut hingekriegt. Aber ich wiederum freue mich, muss ich auch echt zugeben, deswegen hat mir der Deal so gut gefallen mit Enrico. Hat richtig Spaß gemacht, weil ich weiß, ich habe die Fahrzeuge zu einem echt fairen Händlerpreis meiner Meinung nach rausgehauen. Ich habe ja auch von dem Auto einen recht fairen Händlerpreis bekommen. Ich weiß, dass alle Fahrzeuge, vielleicht schon in der Hoffnung, welche davon fahren, in die Allgemeinheit gehen, also dass sie zum Kauf freistehen. Und das macht mich so stolz, dass die Autos, wo wir viel dran waren, da sind viele Autos dran, wo es Videos drüber gibt oder wo es auch vielleicht kein Video drüber gab, aber wo wir super viel dran Hand angelegt haben. Und das macht mich natürlich stolz, wenn so ein Auto im Umlauf ist. Weißt du, was ich meine? Das macht mich dann super, super glücklich. Und deswegen habe ich den Deal gemacht. Ich hätte aber nie erwartet, dass ich direkt losfahre. Wir haben das Auto gerade nur drei Tage. Ich habe nicht mal die Papiere von dem Auto da. Und wir fahren jetzt los und holen uns Felgen ab. Übrigens, was für Felgen holen wir uns ab. Wir blenden die mal eben ein, die eBay Kleinanzeige hier. Und ja, mir ist bewusst, dass das kein Originalrad ist. Natürlich nicht. Aber ich habe den Verkäufer angerufen und habe gefragt, hey, hat das ganze TÜV, kann man das legal fahren? Da habe ich gesagt, hey, stopp. Natürlich sind da Nummern auf den Felgen. Weil ich gefragt habe, hat das Nummern? Ist das irgendwie? Da sagt er, das lasse ich Ihnen eintragen, kommen Sie direkt mit dem Auto vorbei. Also eintragen brauchen wir sie nicht. Aber ich habe mir überlegt, wir können auch gleichzeitig mit dem Auto eine Probefahrt machen und die Felgen vor Ort Probe stecken. Weil ich musste mich natürlich zwischen den Anthrazittenfelgen mit Glanz gedreht entscheiden oder den schwarzmatten mit dem Außen poliert. Und ich sage euch, 23 Zoll auf einer alten G-Klasse. Letztendlich ist es ja die alte. Du hast gedacht, du sagst jetzt schon, es wird zu groß sein. Und ich finde den Preis mit Reifen absolut gerechtfertigt, den 23 Zoll. Und was kostet ein Felgensatz? Ein Felgensatz? Welchen meinst du jetzt? Vom Polo. Vom Polo. Oh. 1,6. Oh. Nur Felgen, ne? Ja. Überlegt mal, das kriegen wir mit 3 für 3 und da sind noch 23 Zoll. Mhm. Ich überlege ich keine Windgeräusche. Wir fahren ja jetzt genau 100. Will ich mir da ein oder ist der leiser wie John Piersano? Ich glaube, John Piers war bei deutlich höherem Tempo lauter. Ja, weil der hat ja auch irgendwie so einen Aufbau-John Piersano hier oben. Ja, stimmt. Das hat der ja nicht. Ja. Also bis jetzt höre ich hier noch keine großen Windgeräusche. Was mir, wie gesagt, zu laut ist, ist der Auspuff. Wirklich amtlich. Ja, man hört das schon, ne? Ja. Da müssen wir auf jeden Fall mal dran. Oh, das fährt auch gut, ne? Aber es ist auch klangtechnisch, finde ich. Also nicht nur von der Lautstärke, sondern vom Klang her finde ich es eigentlich schön. Klingt gut. Aber unser Last zu laut. Ja. Weil guck mal, wie laut er jetzt ist. Er ist natürlich auf Aggression. Zack, schaltet er wieder hoch. Aber es ist schon laut, ne? Mhm. Jetzt ist gut. Bei 2.000 Drehungen kommen wir halt so vor uns hin, ne? Aber ich finde Power, ich sag's euch ganz ehrlich, ich bräuchte nicht mehr. Im Gegenteil, ich finde das eher ungewöhnlich mit dem Auto. Was verbraucht so ein Auto? So, ab Start haben wir 27 Liter Verbrauch. Auf 13 Kilometer, die wir gefahren sind, nach 43 Minuten, 18 Kammer Höchstschwierigkeit. Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass wir nur im Stadtverkehr rumgedruckert sind. Also dass der mehr im Leerlauf lief, als er eigentlich gefahren ist. So, wenn wir jetzt auf Langzeit gucken, auf 1.100 Kilometer, hat er 18,9 Liter verbraucht. Beim Durchschnittstempo von 61. Klingt für mich so nach Autobahnfahrt zahm Tempo, offensichtlich. Aber ich sag mal so, hier also unter 18 Liter geht hier gar nichts. Ich sag mal so, Stadtverkehr, wenn du so ganz normal fährst, vielleicht ein bisschen Strecke, 22 Liter. Wie ist denn dein Eindruck von dem Auto im Stadtverkehr? Du bist ja jemand, der eigentlich eher auf kleine Autos steht. Und sagst bei vielen, das ist mir eigentlich schon zu groß. Ja. Und jetzt haben wir hier... Ich nehme jetzt den dritten Vergleich zum Ioniq 5. Ja. Ich find's geiler hier grad. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich find's einfach geiler. Der Ioniq 5 steht ja grad zu Hause. Und das Auto bockt tierisch. In dem Auto fühlst du dich wie Kraftkoks. Das kann ich nicht anders beschreiben. Es ist unfassbar, was dir dieses Auto vermittelt. Es ist ähnlich für mich wie der R32. Oh krass. Der R32 liefert dir ja eine gewisse Emotion, ne? Ja. Und der hier ruft mich auch irgendwie ab. Und alle meine Freunde, Giuliano, Donato, der Tim, egal wer, alle haben gesagt, das ist Kacke. Hinten sitzen ist Kacke. Ja. Aber die haben alle gesagt, ach schon irgendwie. Aber du musst halt alle Stäfchen im Trocken haben. Das hört sich jetzt blöd an. Aber so ein Auto kannst du dir nur leisten, wenn du wirklich weißt, du hast eine gute Werkstatt, du hast das Geld für die Bremsen. Habt ihr ja im letzten Video gehört. Selbst schon Pierre sagte im Moment, Marco, das kann nicht sein. Und dann guckte er durch die Räder und sagte, der stimmt fast nicht, der hat keine AMG-Bremsanlage drauf. Das ist irgendwas Falsches. Wie ich gesagt habe, stoppt ein G55, hat noch keine fetten Bremsen. Der G65, der hat eine fette Bremsanlage und die kostet eckig. Aber das hier ist völlig kommun von der Bremsen her. Also ich glaube, die ganze Bremse kostet jetzt, ich glaube, Einkauf 270 Euro. Also unter 500 Euro. Vollständige Bremse vorne mit Scheinbretze. Und dann ist die eine Lampe auch aus. Ich bin die ganze Zeit überlegen, was wir jetzt noch machen. Und wenn gleich die Räder, wobei die werden eh mitgenommen, ich habe da ja quasi einen Termin, ich habe auch schon die schwarzen aufziehen lassen und die kriegen direkt aufs Auto montiert. Wenn es Kakao zieht, haben wir auf Deutsch gesagt, drei Millilie im Wind gesetzt. Kann man genau so sagen, abgehoben eigentlich. Aber ich glaube, das wird gar nicht schlecht aussehen. Dann werden wir diesen Chromring hinten wegmachen, der wird schwarz gemacht. Ich möchte das Brabus weg haben hinten. Da möchte ich dann AMG stehen haben. Weil der Stylingrad ist ja AMG, ne? Ja. Ich habe dir die Felge an, fällt mir gerade einer am Wochenende geschickt, da hast du Ja-Mann geschrieben mit dem Ausrufzeug. Auf jeden Fall. Und dann hast du 23-Zoll gehört, da hast du die Rabine raus? Ich hätte eher, glaube ich, 22 bis 21 auf dem Auto gesehen. 23 sag ich, ist zu groß. Aber ich bin gespannt. Ich lasse mich gleich überraschen. Also ich glaube, jetzt auch vom Autobahnfahren her, ich finde es entspannt. Jetzt gerade ist es entspannt, auf jeden Fall. Aber mein Albtraum bei den Autos war immer Stadtverkehr. Ich wundere mich, dass du den bis jetzt nur dort bewegt hast und trotzdem so begeistert bist. Weil ich finde dieses, also wie gesagt, ich habe es dir schon mal erzählt. Der Endgegner mit dem Auto ist, finde ich, ein Kreisverkehr, weil du nur am Kurbeln bist mit dem. Die Lenkung ist ja schwergängig. Ja. Das muss ich sagen, die Lenkung fühlt sich wie nur so servo-unterstützt an, aber nicht wie eine Servolenkung. Da fühlt sich alles so schwergängig an. Aber generell, das Auto ist so... Obwohl, guck mal, das ist... Findest du das jetzt schlimm, dass der wieder wankt? Nein. Und ich bin ein ängstlicher Fahrer. Okay. Bei 200 würde ich das nicht machen. Was mir negativ auffällt, das Gaspedal fühlt sich so schwer zu treten. Und wenn ich vom Gas gehe, habe ich das Gefühl, der schiebt nochmal so nach. Aber das ist nicht das Auto, sondern weil die Masse so hart in Bewegung gebracht wird. Und wenn du vom Gas gehst, verzögern die zweieinhalb Tonnen oder was auch immer das dir wiegt, natürlich so eine Weile. Und das, daran musst du dich gewöhnen. Also damit hier einen auf Fernlicht und dicht auffahren machen. Und wenn der vor dir bremst, dann kannst du nur Ciao sagen und fährst drüber. Oder machst du die Platte. Und im Kern von den Gehen her darf man ja nicht vergessen, ist das ein Geländewagen. Ja, rein theoretisch müsste man rechts abbiegen jetzt hier. Das müsste man, rein theoretisch müsste man hier rechts auf die... rein theoretisch könnte man jetzt hier rechts abbiegen. Da könnte man jetzt rechts durch die Felder. Dafür ist ja eigentlich gedacht. Ich kann mich doch gut an meine Bundeswehr-Zeit erinnern. Mit diesem Cockpit, mit dem Schallpinder. Ich glaube, die hatten schon fünf gang damals. Und 78 PS als Diesel. Und ich weiß, der Dieselmotor klang geil bei den Dingern. Der klang echt geil. Ich bin mir aber genauso sicher, wenn wir zum Beispiel unseren 16V fertig haben. Wenn der durchgeschweißt ist und wieder repariert ist, dass der auch emotional was hat. Sicherheit. Den bin ich ja noch nicht gefahren, wo er fertig war. Ich habe den kaputten Fahrwerk und einer schwierigen Karosse gekauft. Kann ich vielleicht hier im Video was zu sagen. Da habe ich unheimlich viele Leute gehört, die sich dazu ausgelassen haben. Leute, ihr wart bei dem Kauf gar nicht dabei. Und ich bin dem Verkäufer wirklich nicht böse, weil er es nicht gewusst hatte. Und auch wir als Profis haben nicht immer in der Tiefgarage gerade eine Hebebühne parat. Und es war halt einfach schwierig. Aber letztendlich bin ich mit dem Kauf zufrieden. Weil der Kaufpreis, kann ich euch eins verraten, war echt niedrig. Und er war auch schon vierstellig. Also wir waren unter 10.000 Euro. Und dann könnte er sagen, okay, da sind die Teile ja allein wert. Und so schlimm, dass man den schlachten muss und den Swinz-Auto einbauen muss, so war er auch nicht. Auch wenn du das so ein bisschen gesehen hast. Ganz ehrlich, ich bin mit der Optik von dem 190er, also von meinem aktuell, so zufrieden. Ich würde gar kein Paket mehr dran bauen oder irgendwas machen. Ich finde den so top. Was überbleiben wird nach dem Evo 1 Kit, sind die Radlaufverbreitungen. Wenn du sagst, du findest sie geil, können wir die bei den dran machen. Sieht nicht mal falsch aus, weil es sind ja dann die Radlaufverbreitungen, müsste man dann den Sakkobretternfarben anpassen. Weiß ich nicht. Finde ich auch, oder? Man macht die Sakkobretter alles in Schwarz-Metallik. Das würde auch nicht schlecht aussehen. Man sieht das einfarbig aus. Wobei, ich sage dir, wie du schon sagst, die Optik von deinem Auto ist perfekt. Das ist brutal. Wir waren am Wochenende einkaufen und sind vor einem Lidl abgebogen und hatten diese riesige Glasfront, wo sich das Auto drin gespiegelt hat. Und dann kommt diese Felge da aus dem Rad raus. Und wenn der Sven mit seinem zufrieden ist, dann brauchen wir das ja auch nicht umbauen. Das ist ja das Wichtigste. Ich höre das natürlich immer sehr oft, schenk den dem Sven, schenk den dem Micha. Und glaubt ihr, alle unsere Jungs und Mädels in der Firma haben wirklich viele Autos zum fahren, ne? Und stellenweise keinen Platz mehr vor der Tür. Und im Fünfwetter kommt gerade, ne? Richtig. Bei dem muss ich die Tage auch mal holen. Oh ja. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Reifendienst. Vielleicht können wir da filmen. Das muss ich natürlich vorher alles immer abwärten. Wenn nicht, zeigen wir euch natürlich direkt, wenn er runtergelassen ist, das fertige Ergebnis. So. Reifen ist fertig. Was sagst du Sven? Ich habe mich geirrt. Du hast gesagt zu groß, ne? Ich habe gesagt zu groß. Ich finde es passt. Von links auf rechts? Von rechts. Ich finde spannend, was hier sagt jetzt. Noch ist Motorlampe aus übrigens. Sieht schon gleich wilder aus, ne? Ich finde, das macht das Auto irgendwie neuerer. Aber irgendwie kürzer, finde ich, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber was jetzt schlimm ist, komm mit. Geht ja noch so die Bremse, ne? Aber guck mal hinten. Ja. Für 23 Zoll ist das schon recht klein, ne? Also die Bremse. Ich würde sagen, jetzt können wir bezahlen und uns wieder auf den Weg nach Dortmund machen. Jetzt haben wir jetzt schon mal Schutz. Motorscharen kann nicht mehr passieren, ne? Mhm. Also Motor ist jetzt gut. Scheiße. Ja. Gucken, was angegangen ist. Nicht nur, dass wir jetzt die Werkstatt suchen müssen wegen unserer Bremse, sondern Motorlampe hat nicht geholfen. Aber Räder sehen gut aus. Ja, ich bin gespannt. Wir fahren jetzt durch das Ruhrgebiet, durch unseren Stau. Als nächstes werden wir Bremsen montieren. Dann gucken wir uns das Ganze auch nochmal an. Ich habe gerade gesehen, wo die Räder gewechselt wurden. Richtig geiles Prinzip. Der Stoßnämpfer kann so einzeln richtig geil mit zwei Schrauben wechseln. An das Federnpaket kommst du sehr gut dran. Ich glaube, es gibt bestimmt wenige, die ihre G-Klasse tiefer legen, ne? Ja. Meinst du, G-Klasse tiefer legen? Weiß ich nicht, Marco. Wir haben aber was anderes. Ne, wir machen jetzt erstmal Technik. Das nächste, was wir machen, ist auf jeden Fall Bremsen und da nehmen wir euch gleich wieder mit. Die haben wir nämlich bestellt und dann wollen wir mal gucken, was das für eine Qualität ist und was das Ganze genau gekostet. Das zeigen wir euch als nächstes. Wieder zurück in der Firma. Es ist aber auch einen Tag später. Julia, was sagst du überhaupt zu den Rädern? Geil! Optisch ist das Ding geil, ne? Ja, das Profil, wie sich das vor allem verändert, ne? Also das ganze Gesamtbild jetzt da, das ist schon krass. Das sieht einfach neuerer aus, das Auto. Stimmt, tatsächlich. Viel vieler. Und es sieht nicht so, ich darf es eigentlich gar nicht so sagen, verbastelt aus. Ich finde mit der anderen Felge, Sarah, so ein bisschen komisch, ne? Ja, das Silber weiß ich nicht. Kann ich nicht einsortieren. Ja. Ich bin schon gelegt, ob wir die Brabus-Räder in der Mitte schwarz machen lassen. Weil eins muss ich auch direkt sagen, mit den 22 Zoll fuhre er schöner. Jetzt fährt er, fährt er geiler. So, was der Julian jetzt macht, wir wollen uns den nächsten kleineren Problemen kümmern. Und zwar die Verkleidung. Da war auch schon jemand dran, sagst du? Ja. Was siehst du da? Oh, da sehe ich. Hier, ordentlich Kleber drauf. Ein Knetknubbel. Und hier ist was weggebrochen und das, boah, weg, ah, es liegt daran, weil das schon weg ist. Der Knetknubbel ist aber nicht mehr da. Hier ist schon was ausgebrochen. Das abgebrochene Teil liegt da nirgends. Nein, das ist hier nicht. Ralf, das ausgebrochene Stück, ne? Das kriegen wir ja nicht wieder repariert. Wenn wir das von innen mit Kunststoff zu machen und von außen das ganze Ding mit Strukturlack machen, kriegen wir das hin. Oder man müsste mal bei Mercedes anfragen, ob es dieses Teil hier noch einzeln gibt. Ich würde das nochmal machen. Ich würde das abkleben von den Kunstharz und fertig. Dann hast du auch direkt die Form. Ah, ja, 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 du hast recht. Mal gucken, ob wir reparieren das oder wir kriegen das Ersatzteil. Da werde ich den Jan gleich mal drauf ansetzen. So, warum wir jetzt noch hier zu Gange sind, kann ich euch ausreicht? Leg das wieder da drauf. Ich habe das Schiebedach einmal betätigt. Und wenn du jetzt die Zündung anmachst, würdest du das vielleicht mal zeigen? Ich glaube, die Zündung, ich glaube, das ist beim ersten Mal Tür aufmachen. Ja, wir machen mal zu. Ja, jetzt kommt es. Schiebe-Hiebedach schließen. Es sieht aber zu aus. Einmal herangefummelt, nächster Fehler da. Und das Schiebedach geht nach hinten, aber nicht nach oben, nach unten. Dann wird jetzt der Schalter eine Wurst oder irgendwelche anderen Probleme. Wir fangen jetzt an, ein nach dem anderen Problem hier auszusortieren bei dem Auto. Und ich merke es ganz ehrlich immer wieder. Ohne Werkstatt, ohne Jungs dabei, wärst du am Arsch. Das kannst du, glaube ich, wenn du das nach Mercedes bringst. Die sagen dir, okay, einmal eine neue Schiebedachkassette. Da einmal ein neues Sitzgestell. Das ist schon teuer. Lichter hatten wir ja im letzten Video poliert. So, jetzt geht es heute aber auch weiter. Daniel. Ja? Wir haben ja AMG gebaut, ne? Ja. Also das ist AMG-Style-Rad. Die günstige Version. So, ich finde, jetzt passt das Brabus hier nicht mehr her. Ja. Das ist irgendwie komisch, auch wenn es ein Brabus-Kit hat. Ich würde als allererstes erstmal das schwarz machen. Ja. Weil Chrom. Ja, ich guck gerade. Was haben wir hier noch verkromt? Wir haben da zwar einen silbernen Streifen an den Felgen. Oder hier auch. Und da den silbernen Streifen. Ich finde den silbernen Streifen jetzt gar nicht so schlecht. Könnte man aber auch schwarz machen. Mhm. Und dann gibt es so ein Sondermodell, was hier unten so Streifen drauf hat. Hätte ich auch gerne. Ich glaube, bei den schwarzen sind die dann immer silber. Und bei den weißen sind sie immer schwarz. Wir machen das aber hier in schwarz-matt. Ich glaube, dann fällt das nicht so auf, weil die Räder nämlich auch schwarz-matt sind. Die Chromblätter müssen wir noch polieren. Dann haben wir da eigentlich soweit alles durch, was wir erstmal foliertechnisch haben. Weil viel zu folieren gibt es ja hier nicht mehr. Ne. Was sagst du mit den Rädern, Daniel? Ein ganz anderes Auto. Jetzt ist der Chef komplett angekommen. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt das erste Video von Enrico gesehen, wie er eine abgeholt hat. Um Licht haben wir uns auch schon gekümmert. Weil das sieht nämlich auch falsch aus. Hatten wir gerade schon gesagt. Und dann wollen wir mal gucken. Ah, die findet jetzt über den Streifen gar nicht so schlimm. Der ist ja auch nicht Chrom. Der ist ja so silber. Ja. Ich sehe gerade, Bremsen sind gekommen. Bremsscheiben vorne, Bremsscheiben hinten, Klötze. Oh, aber auch von einem günstiger Hersteller. Das müssen wir ja mal so sagen. Ja. Wer G-Klasse fährt, darf halt auch kein Geld ausgeben. So müssen wir das ja mal sagen, weißt du? Das ist ja auch nur die G-Klasse. Du wirst lachen. Aber die haben sich preislich für wirklich nicht viel genommen. Ich habe sogar teilweise überlegt, ob ich Zimmermann Bremsscheiben hier schön mit locken. Oh, der hättest du ruhig Zimmermann genommen. War aber nicht verfügbar. Ah. Deswegen, ich habe das genommen, was wir kurzfristig besorgen könnten. Okay, und das ist für das Auto das. Aber das seht ihr alles nachher. Also jetzt habt ihr schon mal den Übergang gesehen, was wir alles machen jetzt noch. Daniel wird sich jetzt um die Zierstreifen kümmern. Der wird sich hinten um die Reserveratenmulde kümmern. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich muss doch ganz ehrlich sagen, mir ist das zu dekadent, wenn da Brabus hinten draufsteht. Sag ich euch ganz ehrlich. Das ist ja nun mal ein G55 AMG. Und ich glaube sogar der Daniel selbst war es, der gesagt hat, hat über einer alles gemacht. Hat AMG draufgeschrieben, hat Brabus draufgeschrieben und nichts von dem ist es. Weil man nimmt überhaupt nichts mehr ernst eigentlich. Ja. Wobei es ein G55 AMG ist. Aber kein Brabus. Ja doch, er hat dieses Brabus G8, G9 Kit. Ich habe es auch wieder gerade bei Enrico erst gelernt. Also es ist so ein Brabus. Unten diese Stuchstange. Also das hier unten ist alles Brabus. Die Verbreiterungen sind ein bisschen breiter vom Brabus. Also das hier. Und vorne natürlich die Front. Und jetzt haben wir ja AMG. Möchte gerne AMG Style Räder drauf. Wir müssen ja immer die Wahrheit sagen. Ja, ich wollte dies genau. Dich habe ich gefragt. Kriegen wir dieses Teil noch neu? Ja, bei Mercedes habe ich gerade angefragt. Da weiß ich, was es kostet. Ich habe es dann nochmal bei Ebay rausgesucht. Es tut sich nicht viel. Was kostet das? Bei Ebay 60, bei Mercedes knappe 85. Dann bestellst du es neu. Dafür kleben wir es nicht. Dann sieht das Teil nämlich auch wieder frischer aus. Patrick, was hat eigentlich unsere Backofenreparatur gebracht? Weiß ich noch nicht. Ich fahr das jetzt mal noch zusammen und dann kann ich dir mehr sagen. Gehört nicht zu dem Video. Sondern wenn wir jetzt gerade hier im Mercedes-Content sind. Da ist der Verstärker ausgefallen. Was ist das der Verstärker für alles? Also das Sprach- und Geräuschmodul oder was das? Für alles. Also alles was mit der Audioanlage zu tun hat und mit der Videoanlage. Geht da drüber. Und die rennt nicht mehr? Moment ja. Warte, wir können sie noch testen. Das Problem ist, diese Steuergeräte gehen wohl oft kaputt. Und jetzt habe ich zu Patrick gesagt, ey, ich habe keine Lust dafür. Ich glaube, das Steuergerät kostet weit über 1000 Euro neu. Und die Reparatur kostet, was hast du geguckt? Bis zu 900. Ich fange bei 450 an, wenn es ein einfacher Fehler ist. Bis zu 900, wenn es ein schwerer Fehler ist. Und dann natürlich noch drüber. Und der Patrick hat das Ding mal komplett zerlegt. Und hat alles nachgelötet. Hat nicht so richtig funktioniert. Ging mal mal nicht. Und aktuell sehe ich. Geht's. Geht's. Aktuell. Aktuell. Keine Garantie. Das verstehe ich. Was haben wir gemacht? Einmal nachgelötet. Danach ging es. Komischerweise immer beim ersten Mal erkannte er das Signal. Ja. Und da habe ich gesagt, weißt du was, stell das Ding nochmal ins Backofen. Und da warst du auch nicht so von begeistert. Nein. Weil da sind schon sehr viele hochelektronische Bauteile drin. Und da mag ich das eher nicht so. Vor allem, wenn man, man kennt ja diesen Trick vom PC mit der Grafikkarte. Aber das funktioniert auch nur bedingt. Die Grafikkarte ist definitiv im Arsch. Sie geht dann zwar wieder. Aber nur, weiß ich nicht, Woche, zwei und dann ist die wieder im Arsch. Also ich weiß nicht, wie lange das reicht. Ist egal. Hält. 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 Aber für die Sparmaßnahme, für den Mercedes-Fahrer, der kein Geld ausgeben will, gibt es geklappt. Kaufen Sie sich sowas? Das ist das Gesicht. Hier gibt es ja so viele Kleinigkeiten in dem Auto, die kaputt sind, beschädigt sind. Hier haben wir gezeigt, hier fehlt ja diese Einleger der Tasche. Es ist ein bisschen dunkel, so sieht man es besser. Auf der anderen Seite ist da der Julian. Er hat das Teil hinten im Kofferraum gefunden. Und repariert das auch schon. Und da sind wir auch wieder beim Thema Low-Budget. Weil ich glaube, das Teil gibt es nicht einzeln. Ne, ich glaube, das gibt es wirklich nur in der Kombination mit einer Türverkleidung. Mit Türverkleidung. Genau, richtig. So, was ist passiert? Unten sind die Schraub... Also so sieht man es besser. Die Schraubstellen, wo man das festschraubt, abgebrochen. Wahrscheinlich hier was schweres reinstellen. Eine Flasche, krach unten weggebrochen. Und dann löst sich hier oben natürlich die Klebenaht. Somit braucht ihr eine ganze Türverkleidung. Richtig, Julian? Ja. Was machen wir jetzt? Ja, ich habe jetzt hier so ein alter Kunststoff von einem alten Kennzeichenträger. Ja, und ich werde jetzt einfach hier quasi reinschmelzen mit unseren Klammern. Ich mache hier eine kleine Aussparung. Dann haben wir hier nämlich schon wieder Futter. damit man das auch wieder verschrauben kann mit den original Schrauben. Ja, 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 ja. Ich weiß, was du meinst. Und dann hier oben, ja. Da oben kann man ja dann was mit dem Klebepunkt festmachen. Ich glaube, die sind original auch nur geklebt. Hier sieht man ja, ist das Leder drum gezogen. Hier sind eigentlich noch so Nasen dran, wo so ein Sicherungsring von hinten dann hinkommt. Aber das kriegt man so. Das, also. Aber erstmal wissen wir, dass wir unten wieder verschrauben können. Und damit diesen Klammersystem funktioniert das. In der Regel wird das ganz gut funktioniert. Also ihr seht das ja jetzt, wie es aussieht. Wir zeigen gleich mal das fertige Ergebnis. Und dann haben wir die Türverkleidung auch wieder repariert. Das Bauteil von der anderen Tür, also von der Sitzwange, haben wir auch neu gekauft. Also das haben wir sich der Jan gerade am bestellen. Ja, also dann haben wir schon mit so die kleinen Schönheitsfehler und ganzen Macken hier auf jeden Fall weg. Weil ihr wisst ja, auf der Kack hauern, da muss doch alles heile sein. Bei dem Auto fällt mir auf, das ist mir echt extrem aufgefallen, von außen hui, von innen fuhi. Naja, die meisten sitzen ja nicht in deinem Auto, weißt du, sondern sie sehen es ja nur von außen. Also bei dem Auto ist es eindeutig. Von außen ist das Ding echt cool aus. Also hat kaum eine Delle, kaum Beschädigung oder gar nichts eigentlich. Von außen ist das Ding volle Kanone aus. Machst die Tür auf, fallen die ersten Sachen auf. Machst ein Technikpaket, Bremse, Reifen, ich sag ja wie, da war ja alles tot an dem Ding. Wurde gefahren bis nichts mehr ging. Motorlampe an. So, und das ist so das Prestige, was man bei dem Auto wohl sagen kann. Bis es alle ist, so lange fährt man das. Und wir versuchen dieses alle Niveau wieder auf einen guten Prozentsatz zu bekommen, dass man sagt, hey, das Auto ist 19 Jahre. Jetzt muss ich kurz überlegen, 2005 war Baujahr. Jetzt versuchen wir das wenigstens wieder auf den angemessenen Zustand zu bringen. Aber wie gesagt, wir nehmen euch auf die Reise natürlich bei jeder Kleinigkeit jetzt mit. Auch den Daniel besuchen wir mal hier. Was sagt der echte Daniels Neue auf alter Frisur? So habe ich ihn eigentlich kennengelernt. Irgendwie fehlen mir jetzt die langen Haare. Früher habe ich gesagt, steil ab und jetzt fehlt es irgendwie. Ja, mir fehlt sie zum Glück. Warst du vor dem Urlaub abgeschnitten, ne? Ja, genau. So, jetzt wird hier die Reserveradmulde, ne, Reserveradabdeckung Mulde ist was anderes. Reserveradabdeckung foliert. Und du sagtest, du hast dir das einfacher vorgestellt, ne? Richtig. Aber weißt du, was ich positiv erwähnen kann? Das Ersatzrad ist unbenutzt, ne? Also wir haben es natürlich auch vorher sauber gemacht, ne? Ja, ja, klar. Aber ist auch richtig. Ich finde es jetzt schon besser. Dieses Chrom wäre natürlich geil, wenn so ein viel Chrom dran wäre, ne? Wenn man so edel machen will, schön polierte Felge und so. Wir wollen ja auch mal so ein bisschen Bösewicht sein, ne? Also ich finde, wenn man so ein Auto schwarz-matt macht, ist das immer so ein bisschen Bösewicht. Ja, ja. Deswegen, also wir machen Black Series. Genau. Black Series. So, weiter geht es an der G-Klasse. Guck mal. Nuys ist ein AMG. Das Ganze ist jetzt schwarz-matt hinten. Ich finde, das Ganze sieht jetzt auch, ich finde, ein bisschen dezenter aus. Hier ist leider eine kleine Detsche in der Reserverallabdeckung. Kann man nichts machen. Daniel, was sagst du sonst? Bombe. Viel dezenter und irgendwie ein bisschen mehr, ich weiß nicht, so ein bisschen mehr Statement, oder? Ich finde, wir haben es ja jetzt hier noch original. Man sieht es eh kaum. So, jetzt guckt euch die Seite an. Das ist ja noch original. Und ich gehe jetzt mit euch mal rum. Das fällt so erstmal gar nicht auf. Mach jetzt mal gleich so von leicht hinten. Und gibt dem Ganzen mal ein bisschen Licht. Jetzt sieht man es schön. Ich sage euch, das macht das Ganze nochmal eine Runde dezenter. Und ich finde, es gibt dem Auto dann nochmal so ein bisschen so den bösen Touch zu den Rädern. Ich habe das in Rico gerade schon geschickt. Der hat schon gesagt, Junge, hoffentlich kriege ich den Wagen zurück. Der gefällt mir immer besser. Ja, Enrico, lass uns mal alles fertig machen, dass der mangelfrei ist. Und dann können wir wieder Schrott wenigstens von vorne anfangen. Dann kriegst du wieder gute Autos. Und ich gucke mal, was der uns zum Reparieren bringen kann. So, es sind ein paar Tage vergangen und die Teile habt ihr ja bereits gesehen von unserer G-Klasse. Jetzt wollten wir sie gerade montieren und stellen fest, hier passt gar nichts. Bremsscheiben hinten, sehr klein. Habe ich schon gewundert, dass das so günstig ist. Konnte ich mir auch nicht vorstellen. Hinten, aber die Scheibe ist auch fix und foxy. Bremse hinten, muss neu. Bremse vorne, zeigt ja auch Verschleiß an. Das wird vorne der Verschleißanzeiger sein. Bremsscheibe. Ach Junge, Oberschrott. Also Bremsen machen wir auf jeden Fall alle neue Jungs. Ja, aber sowas schon. Ich sehe gerade, hier wurde auch viel gemacht. Ölwechselhinterachse, Ölwechselverteilergetriebe. Bei 166.000. Also an dem Auto, wurde schon hier. Autogesellschaft Dresden hat auch was gemacht. Hut ab, Ölwechsel. Da kann man auch sagen, check-heft gepflegt. Bin ich immer vorsichtig. Hier wie es selber, mal eine andere farbige Kuli genommen. Mal hat der Nachbar das ausgefüllt. Das muss nicht immer passen. Aber hier zum Beispiel sehe ich, das ist ein Mercedes Autohaus. Zwar nicht in Deutschland, sondern in Madeira. Das müsste Italien sein, ne? Gehe ich mal aus Spanien? Keine Ahnung. Da haben wir 2010 95.000 gelaufen gehabt. 2012 116.000 gelaufen gehabt. Da wurde schon mal viel gemacht. Und ab dann, das wird schon irgendwie passen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine G-Klasse einer fährt und den nur, also Autobahn ballert, 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 ballert. Jetzt steht er hier auf der Bühne und ist aufgebockt. Jetzt müssen wir auch ein paar Bremsen finden. Also Leute, ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Bremse im Zubehör gibt. Nimmt's mir nicht übel. Wir gucken gerade bei Mercedes und finden sie nicht. Weil für ein 55er kann ich mir nicht vorstellen, dass du das als Beispiel bei ihr in einem ATU oder sonst wo kriegst. Guck mal bei Mercedes-Wolf Bundeswehr. Musst du nur Adapter mitbringen für Sättel und so. Da haben wir wahrscheinlich eine vorne 2,54er Bremsscheibe. Wobei die Bremse hier auch echt nicht groß aussieht. Aber die ist auch hier schon farblich sehr stark verändert. Und die hat eine Kante, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also hier ist wirklich gefahren worden, bis alles alle ist und dann wurde auch verkauft. Aber ich bleib dabei. Das bockt das Ding. Das bockt wirklich. Habt ihr was gefunden? Ja, Bremsscheibe hinten scheint so eine Aerodisc zu sein. Das ist ja auch schon eine Zubehörbremse. Also, ich wollte euch eigentlich mitnehmen, ein paar Tage später, dass wir Bremse machen. Das dauert jetzt wohl noch ein bisschen, bis die Teile kommen. Es ist wieder einiges an Zeit vergangen an unserer G-Klasse. Aber endlich sind die richtigen Bremsscheiben und die richtigen Bremspitze gekommen. Die seht ihr nämlich hinten. Seht ihr? Neu. Vorne alles neu. Was macht der Julian gerade? Der Julian baut das Radio aus. Weil Julian, ich habe mir ein anderes Radio gewünscht. Und ihr habt gestern schon das einmal draußen gehabt und du sagst, vergiss es, ne? Ja, das ist nicht so einfach, wie du das wahrscheinlich dir vorstellst. Denn diese wunderschöne G-Klasse hat natürlich schon allerhand Kenbus und und und. Und uns fehlen da quasi einfach die passenden Adapter, beziehungsweise das irgendwie sinnvoll ins Fahrzeug einzubinden. So, dass wir hier unsere ganzen Funktionen auch irgendwie weiterhin nutzen können. Weil sonst ist das hier alles tot. Auch die Lenkrad-Fernbedingung funktioniert auch nicht mehr. Genau. Dann können wir uns das Ausbau eigentlich sparen. Weil eigentlich wollten wir euch das jetzt zeigen. Was vielleicht interessant, ob du dieses Lautsprechergitter rausbekommst und man sieht hier ganz schön, dass da eine Beule ist. Oh ja. An dem Auto ist alles durchgenudelt, alles durchgerutscht, bis einfach Ende war. Also bis auf Deutschland das Auto keinen TÜV mehr bekommen hat. Wobei das Auto sogar noch TÜV hat. Ich frag mich, sag ich euch auch ganz ehrlich, wie das mit den Bremsen überhaupt vor einem Jahr ca. TÜV bekommen hat. Weil die Bremse vorne wurden schon zigmal Klötze gewechselt und Scheibe war noch die erste. Und die war so dünn, dass sie fast durch war. Aber Bremsscheiben war jetzt auch kein einfaches Befangen, ne? Und die Organisation, also das Wechseln selbst natürlich total easy, aber bis man die bekommen hat, das war jetzt halt schon ein Akt. Weil offiziell gibt es nicht nur bei AMG direkt zu bestellen. Ja. Wir haben jetzt aber tatsächlich einen Händler gefunden, der die auch anbietet. Habt ihr gerade die Preise noch mal zur Hand? Oh, da musst du mal den Jan fragen. Jan, weißt du noch die Bremsscheibenpreise von der G-Klasse, grob? Die, die wir jetzt bezahlen haben oder die, die sie kosten? Bei Mercedes, bei Mercedes hätte die vordere Bremsscheibe 700 Stück gekostet, die hintere knapp 400 Stück. Richtig? Bei AMG selbst. Was haben wir jetzt bezahlt inklusive Mehrwertsteuer? Also unser Einkaufskreis? Für alle vier? Ja. Nur Bremsscheiben? Also 600 für alle vier Bremsscheiben? Finde ich mega fair. Wobei die Bremsscheibe eigentlich auch gar nicht riesig ist. Welchen Durchmesser hat die vordere? 300, was war das? 322? 322 und 310 Euro. Und Bremsscheiben sind jetzt neu. Was wir auch gemacht haben, Julian, kannst du Licht anmachen? Guck mal. Ihr seht die orangenen Standlichtbirne. Das ist in dem Fall halt eine Standard-Standlichtbirne. Und was haben wir jetzt? Auf LED umgebaut, ne? Da waren ja vorher Halogenbirnen drin und jetzt ist LED-Birne drin. Ich finde, das sieht passend aus. Diese Standlichtbirne haben wir auch mit Kenbus-Erkennung, glaube ich, gehabt, ne? Aber die nimmt er nicht, ne? Die frisst er nicht. Auf Deutsch gesagt, geht nicht, dass wir alles auf Kenbus oder vielleicht habt ihr eine Idee, wie man sowas umrüstet. Aber hier ist zum Beispiel das Radio. Habe ich günstig gekauft. Diese Radios werden sehr günstig bei Ebay angeboten. Von der Optik her holt mich das zu 100% ab, das Radio. Aber hier sind tausende von Adaptern bei und keiner ist so der richtige für unser Fahrzeug, ne? Die Standard-ISO-Stecker hast du drin. Ja. Aber man sieht schon mal da, der Stand-by-Stecker, der rote, der normalerweise drin ist, der gibt's ja gar nicht. Also den muss man schon mal simulieren. Vielleicht bei anderen Mercedes-Modellen funktioniert das ein bisschen anders. Da passt es vielleicht. Aber bei der G-Klasse... Und dann würde... Ich habe auch gelesen angeblich, dass sogar die Lenkrad-Fernbedienung funktionieren hätte sollen. Aber ist egal. Also von den Adaptern, die wir da rumliegen haben... Da, da, da... Ist nichts dabei. Da drin passt kein einziger. Kein einziger auf den Serien-Stecker, die da drin sind. Junge, Junge, Junge. Egal. Vielleicht das Radio... Wir haben es jetzt eh schon seit längerem hier liegen. Wir packen es jetzt einfach ordentlich zusammen. Wir schicken es nicht zurück. Vielleicht gibt es ja irgendeine Idee, wie man dieses... Eindeutige Chinesen-Radio, muss man ja auch ganz klar sagen... Der Herr Peng-Fei-Zao garantiert, dass es funktioniert. Aber Leute, wir haben das Auto jetzt schon arg verbessert. Das kann man ja wohl sagen, ne? Ich bleib dabei. Ich habe gelesen, Herr Marco, du hast im ersten Video gesagt, der ist überflüssig. Der hat dreieinhalb Tonnen Zuglast und eine Anhängerkupplung. Hat einen Touareg auch. Hat einen Amorok auch. Gibt viele Autos, die dreieinhalb Tonnen ML hat das auch. Ich sage euch nochmal, ich finde das Auto irgendwie geil. Aber ich bleibe dabei, es ist kein wirtschaftlich gesehen sinnvolles Auto. Also muss man sich nichts vormachen. Aber trotzdem ist es so geil, dass ich dir auch Geld investiere. Und jetzt würde ich sagen, haben wir hier nicht unbedingt mehr einen Groschengrab, sondern wirklich ein bis jetzt gut durchrepariertes Auto, was noch nicht am Ende ist. Was haben wir denn noch hier auf dem Plan, was wir machen müssen, Julian? Weißt du das gerade? Katalysatoren? Genau, richtig. Die Auspuffgeschichte. Also das Ding ist wirklich laut. Ich bin ja gestern Probefahrt. Das kann man auch nicht so lassen. Das ist übel. Das können wir auch wirklich nicht so lassen. Das ist zu laut. Ja, definitiv. Cups müssen wir noch machen. Genau. Das Problem mit der Steuerkäte, der Kai war hier. Der Kai hat uns auch nochmal eine Software aufgespielt. Also eine neue Motor-Software, keine Tuning-Software, sondern eine neue Motor-Software. Dann das Thema Kat. Hat er uns jetzt erstmal... Ja, ich weiß, dass das alles gar nicht so ganz rechtens ist. Die Kat-Regelwirkung rausprogrammiert. Also sprich, den Fehler-Kat dürfte er nicht mehr rausschmeißen. Hat er auch nicht mehr bis jetzt. Genau. Und jetzt will ich gucken, was ist das Thema? Wir haben ja immer noch das offene Thema Steuerkette. Richtig. Und das wollen wir natürlich jetzt noch im Auge behalten. Das heißt also, es gibt noch große Sachen da dran. Aber erstmal, würde ich sagen, sind wir jetzt mit diesem Video erstmal ziemlich weit gekommen. Wir haben wirklich viel gemacht. Sei es Felden. Sei es viele Reparaturen. Sei es ein paar Abänderungen hier mit schwarz-matt. Die Rückleuchte hatten wir im ersten Video gemacht. Unten das schwarz-matte Streifen geklebt. Die Sitzback-Kleidung repariert. Uns um Motorkontrollleuchte gekümmert. Und jetzt wollten wir ein Entertainment-Paket noch ein bisschen ändern. Aber das funktioniert leider nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir beenden dieses Video erstmal hier. Und ihr schreibt jetzt wirklich rein, habt ihr Bock auf die G-Klasse noch das Thema Auspuff mitzuverfolgen. Und das Thema Steuerkette, wenn es denn der Fehler wieder kommt. Ich vermute, dass der CL geht und der dafür angemeldet wird. Weil da sage ich euch, der ist so unlogisch, dass man dann auch wieder anmelden muss. Irgendwas müssen wir ja machen. Aber ich sage euch eins, auch der wird irgendwann mal in den Verkauf gehen. Aber dann, wenn wir wirklich fast alle Mängel weg haben, so dass ich dieses Auto auch gutes Gewissens für einen guten Preis verkaufen kann. Weil ihr wisst, für dieses Auto sind neun Oldtimer gewichen. Wo viele schon gesagt haben, das hätte ich niemals gemacht. Aber auch dahinter sehe ich einen guten Sinn. Weil von den neun Oldtimern werden bald viele vielleicht bei euch wieder rumfahren. Und stehen nicht im Außenlager oder gar hier im Museum, sondern sind wieder Fahrzeuge. Und genau das passiert bei dem Auto auch irgendwann passieren. Wenn, geht der wieder weg, dass der irgendwann fahren kann. Und dann vielleicht ohne einen riesen Wartungsstau. Also bis zum nächsten Video, wo es vielleicht dann wieder um die G-Klasse geht oder um anderen irgendeinen coolen Oldtimer. Bis dahin, ciao.